Die Kirche Das ist die Scheiße, weil wenn die ein Eis sind, die ich nicht mehr so reingehe. Bo-ah! Extreation! Bollen! 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 Bolle! Ginge 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 Bolle! Wir sind friedlich, was seid ihr? 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 Wenn man so einen Blick hat, dann versteht niemand, was ist los? Ich weiß halt, aber... Wir sind friedlich, was seid ihr? 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 Wir haben meine Freunde! Rampo, Rampo, Rampo! Oh, der IQ 55 zieht ab jetzt. Nein, wir machen nur in der Eintritt. Aber die haben alle genommen, die da im 50 sind. Ja, damit sie runterkriechen können hier durch das Geländer durchpassen. Guck mal, der Größte heißt doch nicht der Boss hier. Der andere ist 1,50. Und der Dächste kannst du hier sehr sicher nachgehen. Nein, doch rein. Nein, mach ich gerade rein. Ja. Ja, ich weiß nicht. Das sind die großen Stände. Ja. Ja. Die Reise wird das großartig. Es ist alles gut, die Kürzen. Das ist 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 die Kürzen.